Guten Tag, mein Name ist Andreas Salzmann. Ich bin Listenkandidat der AfD für die Kreistagswahl in Waldeck-Frankenberg und möchte Ihnen heute mein Hauptthema vorstellen. Da ich Unternehmer bin, liegt mir die Wirtschaftsförderung sehr am Herzen. Die Wirtschaftsförderung im Landkreis sollte neu aufgestellt werden. Dieses haben wir auch in unserem Wahlprogramm so festgelegt, aus dem ich jetzt kurz zitieren darf. Wirtschaftsförderung neu aufstellen. Die heimische Wirtschaft ist der Motor unseres Landkreises. Handel, Handwerk, Dienstleistung und Industrie müssen unterstützt und gestärkt werden. Aber auch Gründer dürfen wir natürlich nicht vergessen. Denn nur mit einem vielfältigen Angebot an Arbeitsplätzen beugen wir der Abwanderung vor. Dazu wollen wir die brachliegende Wirtschaftsförderung als wichtiges Bindeglied neu aufstellen und auch über die Grenzen unseres Landkreises hinaus sichtbar machen. Hierbei geht es nicht nur um Wirtschaftsförderung durch Finanzmittel, sondern natürlich auch um Förderung für die Neugründer, dass man ihnen hilft bei der Bürokratie. Es gibt also sehr, sehr viele Möglichkeiten, diese Wirtschaft hier im Landkreis zu fördern. Und da werde ich mich für einsetzen, dass wir auch da neue Wege gehen können. Dafür bitte ich um Ihre Unterstützung und um Ihre Stimme für die Kreistagswahl. Andreas Salzmann, herzlichen Dank. 4 1 2 3 4 4